Ihhh, was ist denn das für einer? Ah, das ist ein Stinker! Voll Deibel! Ah! Wie lange stinkt das jetzt? Kann ich das Auto wegschmeißen? Habe ich jetzt nicht gesehen. Los! Beeil dich, mich will stinken! Das ist mein einziges Auto hier. Der Mief ist weg. Da draußen? Nö, das mache ich jetzt nicht. Kannst mich mal. Horde! Ich glaube, es gibt so viele Horden, weil so viele Infektionsherde sind in der Umgebung. Dann spawnen sie öfter. Aber ich schaue mal, vielleicht kann ich neue rekrutieren. Kann ja nicht schaden. Er hat ja bemängelt, dass wir ja zu wenig sind. Und es ist auch gleich hier nicht weit. Da war ich doch schon, denn dann habe ich das Auto weggenommen. Jetzt sind sie verzweifelt. Oh. Was ist mit euch? Sam? Oh. Sieht nicht gut aus, Sam. Hey. So? Sind sie auf einmal nicht mehr verzweifelt, oder was? Das war gar keine Mission. Ich renn viel. Das war keine Mission. Hi. Oder sie haben sich wieder beruhigt, während ich hergefahren bin. Aber ich glaube, da waren noch Materialien. Da drin. Weg mit der Birne. Oh, viele Zombies. Es gibt sicher noch Materialien. Ganz bestimmt. Nein, nein. Ich habe gedrückt. Wer wirst du? Wieso sind so viele hier? Oh, das ist ein. Nein, ist keiner. Wahnsinn. Das ist ja... ...extrem. Ich habe nichts left. Schon wieder. Ausgepowert. Ui. Horde. Die will ich eigentlich nicht auf mich aufmerksam machen. Ich bräuchte nur ein einziges Material, sozusagen. Dann hätte ich es. Hier ist ein Punkt. Aber das ist wahrscheinlich oben. Das ist es nicht gewesen, das weiß ich. Da ist noch was. Das habe ich doch schon durchsucht. Oh, die Horde. Siehst du sie? Sie sich nähert. Sieht so, wie ich habe Kompany. Gnade. Ne, da ist kein Material. Scheiße. Ich bräuchte doch nur eins. Ein einziges Material. Schnell weg, bevor die Horde auf mich aufmerksam wird. Also das war schon mal umsonst. Kann man nichts machen. Die werden gleich wieder verzweifelt sein. Die Horde kommt. Da war vielleicht was, hm? Bei dem Campingplatz. Hier. Ich glaube nicht, dass ich da schon war. Vor allem steht da ein neues Fahrzeug. Oh Gott. Oh. Wie ist der? Die kann nicht. Doch, sie kann. Die ist hier ziemlich ausgepowert. Oh. Bitte. Wenn da Materialien drin sind, mache ich einen Jodler. Kein Jodler. Kein Jodler. Nein, Benzin nehme ich nicht. Banat ist nicht schlecht, aber nicht das, wonach ich gesucht habe. Das kann doch nicht alles hier gewesen sein, hm? Bitte. Oh, ein Swimmingpool. Aufblasbarer. Kann man da überhaupt reingehen? Nein. Oh, forgive me, Mother. Hat jemand seine Mutter erschlagen. Ich habe ein paar Ideen, um dieses Ort zu verbessern. Wir bekommen viel gute Gebrauchtheit aus dem Arbeitsplatz. Aber wenn wir ein bisschen mehr Zeit und Effekt in die Zeit legen, könnten wir ein bisschen automatische Automotivverkauf machen. Es wäre vielleicht schön, dass wir unsere Fahrzeuge auf dem Weg zu halten, anzudem sie auf der Seite der Straße mit dem Fahrzeug starten, wenn es nicht zu verhindern kann. Aha. Werkstatterwerte. Ich glaube, ich habe etwas für dich. Was ist das? Äh. Ich bin genau da. Da, Materialien. Ich sehe es da oben. Da steht, ich soll es suchen, aber ich finde nichts. Da vielleicht, beim Scheißhaus. Ich kriege eine Klomuschel. Das wird es nicht sein. Was heißt das? Aussichtspunkt. Moderner Pickup. Materialien. Ja, darauf. Das weiß ich doch. Aber wie komme ich darauf? Gar nicht. Das wäre auch gar nicht weit zur Basis. Materialien sind da drüben. Da komme ich aber nicht rüber. Und nicht durchs Gebüsch. Nein. Mitten in der Nacht ist das gruselig. Und kein Auto in der Nähe. Da sind Materialien. Geil. Wo sind sie? Mitten in der Zombies, natürlich. Könnte es anders sein. Mitten in der Nacht ist das gruselig. Ah. Schnell raus. Habe ich ein Schmerzmittel? Habe ich glaube ich nicht. Meine Gesundheit ist nicht sehr berauschend. Oh. Drei. Ich glaube, der schieße ich lieber. Okay. Oh. Okay. Jetzt habe ich welche angelockt. Durch den Lärm. Anzunehmen. Die Zeit ist verstrichen. Nein, das ist ein Stinker. Fuck. Nein, nein, nein. Lass mich. Hat der noch mal Glück, ha? Irgendwann muss Schluss sein. Hinter mir noch einer. Hätte nicht schießen sollen, gar nicht. Habe ich... Gesundheit? Ups. Nein, ich habe keine Gesundheit. Materialien. Sehr gut. Schon, aber wie? Ich habe kein Auto. Es ist zu weit, oder? Nein, es ist nicht so weit. Ich muss die Basis markieren, sonst finde ich sie nicht. Da drüben sind wir ja schon zu Hause. Ich bin almost home. You got anything good? Mhm. Ich zeige dir, wenn ich da komme. Ich zeige dir, wenn ich da komme. Was sehr Gutes habe ich. Die letzten Materialien. Außenposten. Ja, ja. Nein, das mache ich nicht mehr. Wir versiedeln. Dann wieder da, Doc. Was? Suppressiver. Das senkt die Immunabwehr. Ob das eine gute Idee ist. Anadwerfer brauche ich nicht. Mal nachladen. Ja, im Grunde könnten wir jetzt zurückfahren. Ich werde sie jetzt ins Heierbettchen schicken. Verletzte sie auch. Munition brauche ich auch dringend. Und dann fahren wir in die neue Heimatbasis. Sollte es doch klappen. Ah, jetzt bin ich wieder die Maya. Sehr gut. Das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir übersiedeln in die neue Heimatbasis in Marshalltown. Bis dann. Tschüss.